Wie können Nagelfalze geheilt werden? Verwende Schuhe, die die natürliche Form des Fußes respektieren und Luft dazulassen. Vermeide Schuhe mit hohen Absätzen. Nagelfalze sind lästige und schmerzhafte Schwellungen an der Haut um die Nägel, wenn diese einwachsen. Sie können sogar Entzündungen im Nagelbereich hervorrufen. In diesem Artikel erklären wir Symptome und mögliche Ursachen. Wir bieten Ihnen auch einige natürliche Behandlungsmethoden, sodass Sie diese einfach und problemlos lindern und beseitigen können. Sie werden sehen, dass Sie sogar in Ihrer Speisekammer verschiedene Mittel dafür finden können, Zitrone, Salz, Thymian, Zwiebel, Ei oder Karotte. Symptome Wir erkennen einen Nagelfalz an der erröteten und geschwollenen Haut um den Nagel. Allein das Berühren kann Schmerzen hervorrufen. Entzündungen können erscheinen, wobei sich Eiter bildet. Mögliche Ursachen Nagelfalze können durch folgende Ursachen entstehen. Vergrößertes Wachstum des Nagels Anormales Wachstum des Nagels Eine durch das Einwachsen entstandene Wunde Unangemessene Schuhwerk, das an den Fußzehen stark drückt Vermehrtes Schwitzen Thymian Thymian ist ein Hellkaut, das verschiedene gesundheitfördernde Eigenschaften hat. Es heilt U. Erschwellungen, Entzündungen und lindert Schmerzen, so dass dieses Kraut ideal für die Behandlung von Nagelfalzen sein kann. Bereiten Sie einen SUD bzw. Tee mit einer Tasse Wasser und zwei Löffeln Thymian vor. Lassen Sie das Kraut fünf Minuten kochen und wenn der SUD lauwarm ist, baden Sie den betroffenen Nagel fünf bis zehn Minuten in diesem SUD. Wiederholen Sie die Behandlung mehrere Male am Tag. Zitrone und Salz Mit diesen einfachen Zutaten haben Sie eine effektive Behandlung gegen Nagelfalz. Schneiden Sie ein kleines Loch in die Zitrone und streuen Sie etwas Salz in das Loch. Führen Sie nun den betroffenen Nagel in das Loch ein. Lassen Sie dieses Mittel circa 20 Minuten wirken. Führen Sie dies täglich durch bis der Nagelfalz geheilt ist. Sowohl Zitrone als auch Salz haben entzündungshemmende Eigenschaften. Zwiebelkompresse Diese Zwiebel ist ein hervorragender Entzündungshemmer und wird für diverse Erkrankungen eingesetzt. In unserem Fall kann sie sehr nützlich sein, wobei die Behandlungsmethode sehr einfach ist. Kochen Sie eine Zwiebel und pürieren Sie diese danach. Sobald die Paste lauwarm ist, geben Sie diese auf eine Mulbinde. Legen Sie die Kompresse auf die betroffene Zone. Wenn Sie es bevorzugen, können Sie diese verbinden. Lassen Sie die Behandlung mindestens zwei Stunden einwirken. Karottenkompresse mit diesen Heilmethoden können haben Sie verschiedene Wahlmöglichkeiten, je nach den Zutaten, die Sie gerade im Hause haben. Sie können auch mehrere Methoden versuchen, um zu testen, welche für Sie am wirksamsten oder praktischsten ist. Die Herstellung der Karottenkompresse gleicht der der Zwiebelkompresse. Sie wird jedoch mit Karotten zubereitet und hilft nicht nur den Falz zu beseitigen, sondern belebt auch unsere Haut. Tragen Sie diese Kompresse dreimal am Tag auf und lassen Sie sie 15 Minuten wirken. Eiweiß Diese Methode ist sehr schnell zuzubereiten und hat hervorragende Wirkungen, wenn sie konstant eingesetzt wird. Schlagen Sie ein Eiweiß und tragen Sie es auf die betroffenen Zone mehrmals am Tag auf. Das zubereitete Eiweiß kann drei Tage lang im Kühlschrank aufbewahrt werden. Vorbeugungsmaßnahmen Sie können wie folgt gegen Nagelfall zu vorbeugen. Schneiden Sie Ihre Nägel immer gerade und gleichmäßig, wobei Sie mit der Nagelhaut vorsichtig sein sollten. Verwenden Sie bei der Nagelpflege eine Pfeile, um mögliche Spitzen zu entfernen. Meiden Sie zu enge Schuhe. Wählen Sie Schuhe, die die Fußform respektieren und luftdurchlässig sind. Vermeiden Sie vor allem hohe Absätze. Wenn Sie eine Verletzung haben, sei diese leicht oder nicht, behandeln Sie diese wenn möglich mit einer natürlichen Heilmethode. Pflegen Sie Ihre Hände und Füße, indem Sie regelmäßig eine Feuchtigkeitscreme oder ein mit Vitamin E bereichertes Öl auftragen. Wenn Sie an einer Pilzinfektion leiden, sollten Sie täglich Teebaumöl auftragen, das ein starkes natürliches Antimykotikum ist. Unser Tipp, wenn der Nagelpfalz entzündet ist und die Entzündung einfach nicht zurückgeht oder sich die betroffene Zone vergrößert, sollten Sie so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen, um mögliche Komplikationen zu vermeiden. Dies kommt zwar nicht sehr häufig vor, kann aber geschehen. Wenn Sie nicht achtsam sind, kann U. Adernagel ausfallen oder die Entzündung verbreitet sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017